Im Kodi Media Center kann man ganz einfach die Mediatheken schauen. Dazu muss man ein Add-on installieren, und zwar unter Videos Add-ons. Hier gehen wir dann auf Mehr. Und jetzt navigieren wir zum Buchstaben M. Die Liste ist alphabetisch geordnet. Und da gibt es dann das Add-on Mediathek. Darauf klicken wir und installieren es direkt. Also mit Enter drauf und auf Installieren. Dann ist es direkt aktiviert. Wir gehen zurück in unsere Video Add-ons und führen das Add-on aus. Und hier bekommen wir schon die ganzen öffentlich-rechtlichen Sender aufgelistet, suchen uns einen raus. Beispielhaft habe ich mal hier den NDR genommen und starte eine Sendung. Hier bekommt man verschiedene Episoden dieser einen Sendung angezeigt, kann sich jetzt hier einen rauswählen. Und das Video startet dann direkt.